Mit Megabits, Megahertz und Megastart. An dieser Stelle wollen wir eigentlich Hannelore Krafts Rede zum digitalen Wandel zeigen. Wir befinden uns mitten in der digitalen Revolution. Information, Kommunikation und Arbeit. Bei dem allen ist das Digitale nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass wir keinen Menschen zurücklassen, sondern allen die Teilhabe ermöglichen. Dann schauen wir uns mal an, wie die Realität hier in Deutschland aussieht. Die wenigsten haben einen richtig guten Internetzugang. Die meisten müssen hier mit 12 Mbit oder 16 Mbit Verträgen leben. Aber kommt das wirklich bei den Verbrauchern an? Wir machen mal einen Speedtest und schauen, mit welchen Geschwindigkeiten die Verbraucher wirklich leben müssen. Okay, hier ist das Ergebnis. Vertraglich zugesichert waren bis zu 16 Mbit. Hier beim Verbraucher kommen gerade mal gut 2 Mbit an. Wir fordern, dass der Anbieter transparent darlegen muss, welche Leistung er dem Verbraucher tatsächlich bieten kann. Breitbandausbau? Da werden die Menschen im ländlichen Raum leider im Regen stehen gelassen. Über 50% der Aushalte dort haben kein ausreichendes Internet. Sie schauen dieses Video. Können Sie sich vorstellen, dass dort der Aufruf einer einzigen Seite bis zu einer Minute dauert? Und was ist mit den mittelständischen Betrieben vor Ort? Eine ordentliche Arbeit ist für die fast unmöglich. Wir fordern einen zügigen und flächendeckenden Glasfaserstrukturausbau in Stadt und Land. Wir sehen es täglich. Überall werden Gehsteige und Straßen aufgerissen, um Wasserleitungen oder Gasleitungen zu erneuern oder auszutauschen. Wenn es dann um das Thema Breitbandausbau geht, heißt es, das wird aber teuer. Denken Sie, wir müssen ja alles wieder aufreißen, um die Leitung zu verlegen. Warum nicht proaktiv denken, wenn eh schon täglich alles aufgerissen wird, direkt Leerrohre mit verlegen, damit wir hinterher viel Geld und Zeit sparen, wenn es um den Breitbandausbau geht. Lädt noch.